hallo und herzlich willkommen bei den bretterwissern die bretterwisser das sind die sonja hallöchen der cola war gerade keine gute idee ja der matthias morgen und ich bin der rene tach ja mal wieder eine top x folge bei uns auf dem kanal und ja wir hatten keine idee also durfte die sonja mal die korrekte formulierung ist wir haben nicht eingesehen dass immer die idee von rené gewinnt und deswegen entscheidet einfach mal sonja die letzte war meine glaube ich ja ist auch rené was ich bin gekauft meinst du genau ich durfte immerhin zwei vorschläge liefern es hat aber auch lange genug gedauert entschuldige bitte ich wollte halt nicht einfach scharfspiele nehmen das hätte ja jeder erwartet und ich wollte da schon ein bisschen was was jetzt nicht unbedingt erwartet das war dann einer von den beiden vorschlägen scharf spiele war es gar nicht das ist ja auch scharf spiele nehmen können spiele mit spitzen gegenständen dachte so was wie spicy und chili aber okay ja aber ich schlussendlich ist es die top x folge der spiele cover spiele cover der unerfüllten erwartungen geworden was da wohl kommen mag ja wir haben vorab bevor wir da mal in die folgen gehen noch einige sachen anzusprechen und zwar haben wir zum einen noch unseren dauerauftrag also jeder der uns unterstützen möchte kann das gerne mit einem dauerauftrag machen von den bezahlplattformen a la patreon und was ist die sonst alles gibt sind wir ja weggegangen da uns das konzept des dauerauftrags besser passt oder gefühlt besser ist und mit dem ganzen steuergesumsel was jetzt da bei patreon passiert wahrscheinlich auch die richtige wahl gewesen ist denn bei einem dauer auftrag haben wir und auch die die etwas geben wollen den vorteil es kommt genau das an an geld was ihr geben wollt und landet nicht noch bei einem dritten anbieter dazwischen den man da nicht braucht wenn sie noch mit kreditkarte gewesen ist dann ist es noch schlimmer es ist immer schlimm also es ist immer schlimm deswegen sind wir auf das modell des dauerauftrags gegangen wer uns da unterstützen möchte der schreibt eine e mail an arne bretterwisser.de schreibt die direkt zu mir oder schreibt eine info das ist info at bretterwisser.de kommt auch an ich lese das auch und dann dann richte die kontodaten genau setzt sich der arne mit euch in kontakt genau gut beim thema arne haben wir noch was und zwar der arne ist ja so auch auf anderen kanälen aktiv ja ich habe ja meinen youtube kanal von den bretterwisser youtube kanal wieder gesplittet oder ich habe das halt wieder entkoppelt weil ich fand das ein bisschen schwierig mit irgendwie podcast content der auch auch bei youtube läuft und mein video content irgendwie so dazwischen ich fand das irgendwie so ein bisschen durcheinander deswegen habe ich das wieder auf meinem alten privaten kanal wo auch noch irgendwelche videos von vor fünf jahren rumliegen ist sehr lustig schaut da mal rein ansonsten mache ich versuche ich jetzt im moment jeden jede woche drei videos zu machen mal gucken ob ich ob mir das gelingt ja schaut da mal rein bei youtube der arne experimentiert da auch noch gerade ganz viel ja den eintrag hatte ich die idee einfach quadratische videos zu machen weil das könnte ist das kannst du da nicht hoch kann und das sind ja ja wo wir bei verstört sind ja genau da könnt ihr reinschauen gut das waren jetzt die die organisatorischen themen aber auch diese woche haben wir wieder in frage der woche und die hat uns der liebe nico von den gegeben kommt das kommt überhaupt gar nicht durch durch dein bad ich schieße die mal ab hallo liebe bretterwisser ihr braucht mal wieder eine frage der woche und der nico von den brettergogen hilft natürlich gerne ja ich habe letztens den podcast von der corner philosophie gehört liebe grüße an die beiden das hat überhaupt nichts mit brettspielen zu tun ist ein ganz anderer content höre ich aber trotzdem gerne und da meinte einer der beiden schach wäre für ihn kein spiel oder ist laut definition sport und kein spiel weil es keine zufallselemente gibt das heißt man kann alle informationen offen sehen ja es gibt kein zufall man kann alles voraus planen ja jetzt würde ich die frage gerne mal an euch wieder geben braucht denn ein spiel zufall oder ist es dann vielleicht nur ein gutes spiel und schach ist für euch auch ein spiel also inwiefern ist zufall wichtig in spielen tschüss liebe grüße und gut brett also da darf ich erst mal kurz was sagen zum thema sport tatsächlich ich glaube schach gilt deswegen als sport weil es als sport von der regierung zur förderung anerkannt ist das hat tatsächlich an der stelle meiner erfahrung nach überhaupt nichts damit zu tun ob da zufallselemente drin sind oder nicht und unter anderem versucht schach ja auch olympische disziplin zu werden beziehungsweise war es kurze zeit sowie auch bridge bridge aus kartenspiel was sehr wohl wenn man es normal am tisch spielen würde zufallselemente hat natürlich auf turnierebene nicht weil die hände da vorgegeben sind und das ist so das die definition die für mich sport ausmacht sowie magic the gathering auch mal als sport versucht hat sich durchzusetzen und in china als sport anerkannt wurde aber bisher nur in china aber kommen wir lieber zurück zur frage das finde ich tatsächlich auch spannend ja ich habe mal im vorfeld auch schon mal ein bisschen google befragt und ich habe eine sehr schöne definition zum thema spiel gefunden spiel ist eine freiwillige handlung oder beschäftigung die innerhalb gewisser festgesetzter grenzen von zeit und raum nach freiwilligen angenommenen aber unbedingt bindenden regeln verrichtet wird ihr ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem gefühl der spannung und freude und dem bewusstsein anders sein als das gewöhnliche leben das ist ein spiel und wenn man das jetzt mal so runter bricht auf schach würde ich sagen passt das alles und um auf nikos frage dann noch mal einzugehen braucht zufall im spiel ich glaube grundsätzlich nicht was hat der zufall für eine bedeutung dann aber es gibt doch sportarten wo zufall eine rolle spielt schaut euch mal so ein snooker spiel an oder da würden jetzt natürlich die profis snooker spieler dir widersprechen und sagen das ist natürlich alles nur physik und nenn zufälle ja 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 aber du hast ja also so ein snooker spiel besteht ja daraus ich weiß nicht ob ihr snooker wie gut ihr snooker kennt es waren übrigens gerade die weltmeisterschaften herzlichen glückwunsch ronny aus halle wenn der wieder einen weltmeistertitel gewonnen hat aber egal da gibt es halt diese dieses pack aus roten kugeln dieses pack ja das heißt halt pack also klumpen könnte man auch sagen und der muss halt irgendwann aufgesplittet werden weil sonst kann man halt nicht weiterspielen und da muss man halt eine kugel weiße kugel halt relativ feste da reinhauen und dann spratzen die du auseinander und das ja es ist natürlich physik aber wie die halt auseinander spratzen das ist halt ein nahezu chaotisches system aber der der stapel karten den ich ziehe ist auch mathematik lässt sich auch berechnen grundsätzlich genau wie diese kugeln beim beim snooker sich grundsätzlich berechnen lassen unendlich kompliziert unendlich lange wäre der aufwand dafür aber berechnen lässt lässt sich das auch alles also von daher weiß ich nicht ob es zu einem spiel zufall gehört ich mache meiner definition nicht sonja ja ich muss dabei ganz ehrlich gestehen dass ich tatsächlich noch nie in der partie schach gespielt habe ich weiß natürlich grundsätzlich worum es dabei geht ich finde nicht dass also ich sehe es schon als spiel oder würde es ein spiel einordnen und ich denke dass das dafür nicht unbedingt zufall braucht je nach spieler braucht es vielleicht den zufall damit damit es irgendwo spaß macht oder dass man einen widerspiel reiz hat so ist es jedenfalls bei mir aber ich würde es deswegen nicht den status als spiel absprechen also die frage ist mal was bezeichnet man als zufall also die handlungen des gegenübers mit einzuplanen könnte man zu einem gewissen grad als zufall betrachten weil es gibt ja genug spiele die an sich keine zufallsfaktoren haben außer die handlungen der mitspieler die natürlich in einem spiel zu viert deutlich schwerer hervorzusehen sind als in einem spiel zu zweit aber tatsächlich würde ich sagen zufall in irgendeiner form hilft eigentlich dass das ganze etwas leichtgängiger ist weil ohne je weniger zufall es ist desto mehr neigt es dazu dass es die grüble einlädt und unterm strich würde ich sagen alles kann als spiel betrachtet werden auch schach finde ich in meinen augen kann man als spiel sehen und es wird halt in dem moment sport wo es jemand professionell versucht zu betreiben und da ist schach natürlich mit turnierebene und ähnlichen sachen genauso dabei wie sein magic ist oder wie auch wizard auf einer turnierebene gespielt wird oder bonanza und von da ausgehen könnte man das auch schon als sport betrachten aber ich merke schon ich habe da eine andere angehensweise als die definition die der freund von nico da hatte ja aber ich finde nicht dass halt der zufall zwingendes element sein muss und von der definition eben war es ja halt eine in anführungszeichen sinnbefreite tätigkeit die keinen zweck grundsätzlich erfüllt und das kann sowohl bei schach als auch bei wizard der fall sein gut das war dann die frage der woche und dann schwenken wir mal zum hauptthema ein wir haben ja eben schon erwähnt dass die sonja sich das thema ausgesucht oder die themen vorgeschlagen hat wir haben uns auf ein thema geeignet geeinigt können wir das was immer noch mal genau benennen ja wo ich wollte gerade dazu überleiten und zwar was natürlich auch entsprechend interpretations spielraum zu ließ was ja immer spannend dann wird und zwar spiele cover der unerfüllten erwartungen so nicht darf jetzt einfach mal die sonja bevor sie mit den spielen anfängt jetzt mal ihre definition was die sich dabei gedacht hat kurz erläutern ja ich bin bei der ideen suche stand ich im spielezimmer und habe mir so ein paar spiele schachteln angeschaut und da kam mir die idee dass dass ich schon spiele habe wo ich finde dass zwischen der gestaltung des spiele covers und der gestaltung des spielmaterials ein großer cut ist also dass das einfach nicht zueinander passt dass ich wenn ich nur die schachtel mit dem cover im regal stehen sie was völlig anderes erwarte was mich darin was ich dann vor finde das zum einen also wirklich ab rein auf die auf die grafische darstellung bezogen aber es kann auch sein dass die grafik auf dem cover mir einfach eine idee des spiels in kopf setzt die da nicht getroffen wird weil das spiel ganz anders funktioniert oder das ist halt also einfach so für mich ist es so ein bruch zwischen der gestaltung des covers und der gestaltung des spielmaterials oder der ausgestaltung des spiels wir hatten wir hatten ja dann gestern abend im bei uns im slack hier dann auch noch die diskussion irgendwie müssen es denn auch schlechte spiele sein also das war dann so das wurde denn jetzt der interpretation offen gelassen und im vorgespräch hatten wir ja auch schon die diskussion habt ihr noch schlechte spiele dabei also das war jetzt das wir kennen die listen von den anderen wieder nicht ich bin mal gespannt ob es da überschneidung gibt ich habe da vielleicht eine idee dass wir irgendwie doch so zwei drei sachen überschnitten werden konnten aber das ist jetzt frei der interpretation überlassen würde ich sagen also ob die spiele jetzt gut sein müssen oder ob die denn halt das cover irgendwie was schönes verspricht aber am ende kommt ein schlechtes spiel bei raus gut ja dann kann die sonja einfach mal anfangen und die erstes spiel benennen mein erstes spiel da war jetzt auch die höher frage ganz gute einleitung dazu und zwar ist das santorini wenn ich auf das cover von santorini blicke dann sind das helle farben es sieht so ein bisschen kindlich es sieht niedlich aus das spricht mich total an und ich denke mir das ist so so ein fluffiges leichte spielchen und was ich da verbirgt ist aber einfach ein knallhartes strategie spiel so ein zwei personen spiel und ich kann überlegen ja wenn ich jetzt den zu machen dann wird mein mitspieler wahrscheinlich den zu machen und dieses viele züge im voraus denken ist halt überhaupt nicht meins geht für mich eher so in richtung schach und schreckt mich ab und da finde ich dass eben diese cover grafik was völlig anderes verspricht zumindest für mich als das spiel mir dann am ende bieten konnte kann ich durchaus nachvollziehen also ich kann jetzt nicht ich gucke mir das cover an und wenn du jetzt sagst ja das ist hier mit züge im voraus plan und sehe diese häuschen und türmchen und figürchen passt das tatsächlich nicht zu dieser niedlichen grafik ja da könnte ich könnte ich ein ähnliches spiel gleich hinten dran setzen oder wollt ihr noch drüber reden ja matthias hat ja noch auch seine meinung wird geht mir santorini vergleichbar tatsächlich also ich habe gedacht so oder sieht ja spannend aus das sieht wirklich niedlich aus und habe es gespielt habe ich mit meiner frau gespielt und dann habe ich es verkauft und jetzt nicht weil es schlecht ist sondern weil es tatsächlich nicht mein spiel war genau also das wollte ich auch noch dazu sagen also ich finde ich erkenne dass das gute spiel dahinter aber es ist einfach nicht nach meinem spielgeschmack und ich habe da wenig spaß dran aber wenn ich mir jetzt so dieses ich habe das cover gerade offen wenn ich mir so anschaue also allein vom cover her spricht es mich wahnsinnig an und ich hätte lust es zu spielen wenn ich nicht wüsste dass das spiel an sich nicht meins ist technisch noch mal ich versuche die cover als kapitelmarken in euren podcatcher reinzukriegen mal gucken also ultraschall kann das jetzt das ist jetzt auch ein bisschen versuch für mich ob das klappt mal gucken ob ich da habe dir mehr aufwand sich da lohnt gerade jetzt wenn wir über cover reden macht das ja sinn die da irgendwie reinzukriegen an der stelle noch der auch der hinweis also es gibt jetzt eine neue version dann demnächst von santorini nämlich santorini new york wo man diese hochhäuser baut ich vermute mal da werden ganz viele neue fähigkeiten und ähnliche sachen drin sein ob es das spiel für mich an retten würde bezweifle ich aber das ist ja nicht schlimm dann ja auch glaube ich mit mehr als zwei spielern spielbar sein genau aber die erwartung ist ja entsprechend jetzt gelevelt wahrscheinlich ne also da fand ich auch die titelgebung interessant dass man also weil santorini ist eine ortsbezeichnung und santorini ist ja ein ort wo es viele weiße gebäude gibt mit diesen blauen kuppeln oben drauf und genau das ist auch das spielmaterial in santorini und jetzt ein spiel santorini new york zu nennen fand ich erst mal gewöhnungsbedürftig ja aber das ist ja die das als marke die marke na klar ja ist das nicht die insel oder ist der ort ja aber das spiel hat jetzt nicht als marke aktiviert ja aber der ort heißt die insel heißt santorini nicht der ort ja die insel wäre ich fast auf exkursionen hingefahren aber hat nicht geklappt gut dann an du wolltest was hinten dranhängen ja also schöne grafik so schöne schachtel grafik ruhiges die ein ruhiges spiel irgendwie präsentiert oder anmuten lässt grüne farben schön beleuchtet aber ein knallhartes verdrängungsspiel ist in dem man auch richtig arschloch sein kann ich rede über fotosynthese wenn ihr das cover seht das ist halt so wunderschön gezeichnet also ich erkenne einen gewissen einen gewissen konstanten faktor bis jetzt in den genannten spiel sind zwei spiele gerade aber ich dachte es passte jetzt so also das ist ich habe vier spiele auf meiner liste hier drauf geschickt mal guck also der passt jetzt nur so gerade so schön thematisch auch da hinten drauf ich hoffe das fehlt eins das fehlt noch eins von euch genannt wird aber das ist halt so dieses hey das ist ein schönes entspanntes spiel da spielt man halt so locker flockig runter aber das ist es ja überhaupt nicht sondern ja knallharte also abstrakt eigentlich abstraktes spiel was aber auch jeder entscheidung wirklich schwere konsequenzen für andere mitspieler haben kann ist ganz spannend ist bei mir nämlich knapp nicht drin gelandet in meinen top drei aber habe ich auch tatsächlich darüber nachgedacht weil es ähnliches gefühl ist wie bei santorini das doch das cover und die gestaltung was ganz anderes verspricht als das spiel letztendlich bietet da kommen noch mehr also den vorteil bei 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 fotosynthese den ich sehe ist dadurch dass man es zu viert spielt fühlt es sich nicht ganz so knallhart an weil bei santorini du machst einen fehler anrad gewonnen das ist eigentlich nur noch das runterspielen bei fotosynthese kannst du das viel weniger einschätzen weil du drei gegner hast das fand ich an fotosynthese deutlich angenehmer und besser es hat nicht gerecht dass es in mein regal gekommen ist ja aber das hört ja nicht nur bei dem cover auf ich meine du setzt da so tolle bäume auf den spielplan und es sieht halt einfach total nett aus aber es ist es ja dann auch nicht vom vom spielgefühl sondern ich lasse meinen baum wachsen und dann kriegt der andere kein keine sonne mehr ja pech gehabt also ja das war schon ja was soll ich denn noch sagen ja ja du kennst das cover was erwartest du vor dem spiel wie wirkt das auf dich ja tatsächlich nicht sonderlich kompetitiv an der stelle eigentlich ja genau es klingt ja so als wäre es das genau gut dann darf jetzt der matthias was ich was wie ich bin vor dir ich mache jetzt mal hier gemischtes doppel also ich habe meine drei spiele in eine chronologische reihenfolge gebracht und fange jetzt mit dem ältesten spiel an und zwar ist das das einzige spiel das mir ohne suchen sofort in den sinn gekommen ist und ich befürchte keiner von euch dreien wird es kennen kennen oh weh board game geek geht auf genau also das spiel ist von wolfgang kramer und michael kießling ravensburger aus dem jahre 2006 die illustration ist von eckhard freitag den er der auch solche schönen sachen gemacht hat wie zum beispiel skulking und das spiel heißt zeltiker und dazu muss man wissen 2006 gab es bei weitem noch nicht so viele spiele pro jahr wie heutzutage und wenn ravensburger was rausgebracht hat hat man einfach da auch ein blick drauf geworfen vor allem nach solchen jahrgängen wie tikal und torres und dann kommt das zeltiker und dass du du siehst diese wunderbare illustrationen und denkst dir boah geil das wird ein richtig cooles fantasy spiel und dann war es ein familienspiel light um es mal so zu formulieren und du wurdest dort mit einem einfachen also wirklich einfachen nicht so spannenden spiel belohnt wo du denkst so das hätte jetzt ein anderes cover verdient da das war wohl ein bisschen zu hochtrabend die erwartung so an diesem richtung ich sehe wahrscheinlich würde ich es heute zu schätzen wissen dass es trotzdem ein leichtes spiel ist aber damals war die enttäuschung sehr sehr groß ja heutzutage ist da wahrscheinlich ravensburger in der wahrnehmung vielleicht eher da wo sie auch wirklich sind so also also du erwartest jetzt von ravensburger wahrscheinlich heutzutage jetzt nicht irgendwie wenn ihr jetzt ein spiel rausbringt seidika wie ein hardcore fantasy spiel oder richtig damals war es wahrscheinlich anders ich sehe gerade das tief zieht teil das sieht spannend aus ist sehr viel luft in der schachtel gewesen anscheinend die tief zieht teile von 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 dings waren waren immer ziemlich stark also da hat ravensburger ordentlich sich mühe gegeben hat hat denn ja auch mal dieses dragon dragon wie hieß denn das dragon food nee nicht dragon food egal ja mach das aber ich kann das wenn man sich das anguckt und guckte aber auch dann auf das restliche material kann man das durchaus nachvollziehen dass da ganz andere erwartung geweckt wurden dazu habe ich aber fast auch gleich ein ein sehr passendes cover okay gut wenn du das jetzt wenn du jetzt durch bist mit deinem ich habe tatsächlich nicht so viel mehr dazu zu erzählen weil das spiel war wie gesagt ich weiß dass das auch in der besprechung sowohl in der fairplay als auch in der spielbox ein das thema war was man diesem spiel angelastet hat dass die versprechen des covers und des inhaltlichen spieltechnisch einfach so weit auseinander klafft dass das für jeden rezensenten damals offensichtlich war gut wir bleiben bei den epischen fantasy spielen und gehen zu defenders of the realm mit dem untertitel ein epic fantasy game bei richard launius set in the artistic world of larry elmore larry elmore ist allen d und d spielern ein begriff der hat die 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 cover vor allem der der romane geprägt und ja die hat so glaube ich so mit die 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 standard fantasy charaktere mit mit erschaffen irgendwie und auch die drachen und sowas und bei defense of the realm guckt man sich das an denkt oder da dachte ich damals war cool rollenspiel in der box ne also da geht jetzt ab da kannst du verschiedene klassen da gibt es kleriker paladin hast du nicht gesehen von auf dem cover kämpfen sie gegen einen blauen drachen das sind die typischen heldenklassen da und zu der zeit war ich noch sehr stark dem rollenspiel auch verhaftet und dachte das passt wunderbar aber was man dann schlussendlich bekommt was jetzt nicht schlecht ist aber tatsächlich die erwartungshaltung einfach nicht getroffen hat war ein pandemie klon das trifft es ungefähr ja doch also es ist noch nicht mal negativ es ist ein aufgebohrter pandemie klon aber im endeffekt hat es dieselben grundmechaniken dass also jedes mal jede runde irgendwo gegner spawnen nach und nach und man muss halt gucken dass die nicht in die die hauptstadt eindringen weil sie sich dann auf dem feld nach bewegen muss halt sie besiegen um den großen über ober bösewicht immer zu besiegen aber grundsätzlich hat man das gefühl ist es ein pandemie klon der um diese fantasy elemente einfach aufgebaut wurde was nicht schlecht waren das hat gut funktioniert es gab 80 erweiterung von aber zwar für mich zumindest nicht das was damals die spiele schachtel das cover suggeriert hat an der stelle aber ja es hat trotzdem spaß gemacht was hat das einer von euch gespielt ich habe diesen diesen schriftzug der sieht irgendwie sehr ikonisch für mich aus den habe ich schon öfter gesehen aber das ja mache ich halt einen großen bogen drum weil das halt aussieht ja es heißt halt defenders of the realm wo ich denke so ja ja aber interessant dass du das sagst weil das ist genau auch mein eindruck gewesen ich dachte mir so boah das sieht so 0815 fantasy wird irgendein rollenspiel klonartiges irgendwie dungeon caller oder was sein und genau deswegen habe ich mich angeguckt aber als diesmal gespielt habe und versucht habe es danach zu bekommen war ich natürlich näse weil du es einfach nicht mehr kriegst tja hier steht es noch ja du wirst wahrscheinlich deshalb kennen weil die damals auf den messen auch immer sehr präsent dieser hier eagle griffin games das präsentiert hatten auf ihrem stand war quasi nichts anderes als defenders of the realm zu dem zeitpunkt deswegen könnte es natürlich auch sein dass dir das dann bekannt vorkommt ja wahrscheinlich wahrscheinlich hat man bestimmt irgendwo gesehen mir kommt es nicht bekannt vor aber es spricht mich auch überhaupt nicht an aber ich hätte auch ähnliche erwartungen wie du und genau deshalb wäre es bei mir unterm radar gelaufen aber warst du denn 2010 schon überhaupt auf messen da war ich noch beim fußball ja alles vorbei gut das war die defenders of the realm und dann geht schon die runde weiter wieder mit der sonja ja kommen wir zum spiel ich habe zwar auch versucht so verschiedene kategorien zu finden warum es unerfüllte erwartungen sind das überschneidet sich jetzt ein bisschen mit santorini aber nicht nur und zwar spreche ich von robin von loxley das spiel ist letztes jahr bei würmgold erschienen neue verlag der jetzt ist ja erstmalig in in essen sich vorgestellt hat und ja wenn man an robin von loxley also an robin hood denkt dann denkt man irgendwie an abenteuer rächer der enterbten da denkt man irgendwie an an action und auf dem cover sieht man weiblichen und männlichen robin hood die sich so gegenüber auge in auge und wenn ich jetzt sage ich denke an star trek was an star trek egal es ist es gibt gibt eine folge es gibt eine star trek folge die mit robin hood und es wurde am selben ort gedreht wie die harry potter filme aber ja egal red das sind so die erwartungen die 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 einfach der der name und auch dieses cover wie in mir erweckt haben und letztendlich ist es aber auch wieder ein sehr abstraktes spiel und zwar liegen einfach 25 plättchen aus und so aufgaben plättchen drumherum und es geht einfach darum sich mit seinem pferdchen jeder hat ein eigenes pferd im rössel sprung zu bewegen und diese plättchen einzusammeln und damit aufgaben zu erfüllen also entweder mit den sets die man aus dem plättchen sammelt oder eben auch über die position des eigenen pferd jens also ein abstraktes spiel was mir aber dennoch gut gefällt aber es steht für mich im kompletten kontrast zu diesem cover bild dazu kommt noch also es sind ganz schöne illustration von maren gut das ist auch eine illustratorin die recht neu in der brettspiel szene ist und ich finde da unterscheidet sich auch die illustration des des brettspiel covers von den illustrationen auf dem spielmaterial auf dem spielmaterial da sind halt so wertvolle gegenstände abgebildet aber ich finde dass es schon ein anderer zeichenstil als das cover selbst so dass ich das in dem spiel jetzt nicht erwartet hätte ja also ich verstehe was du meinst die probleme hat die an der stelle zum glück nicht okay sondern ich weiß nicht vielleicht bin ich inzwischen auch schon zu abgebrüht als dass ich da also für mich ist der unterschied tatsächlich dazu klein will weil ich sage mir es ist ein zwei personen spiel die pferde die auf dem cover auch finde ich relativ gut rüberkommen machen ja auch einen gewissen sinn weil du diesen rösselsprung hast für mich war das und dadurch dass du auch diese da hast du auch diese thematischen zuordnungen an diesen feldern am rand wo du dich lang bewegst wollte ich mir denke so hat was also ich gebe zu es ist natürlich ein komplett abstraktes spiel mit einem aufgesetzten thema aber an der stelle habe ich tatsächlich weniger probleme gehabt also ich mir gefällt das spiel gar kein thema aber trotzdem auch wenn ich jetzt mir das cover so anschaue denke ich mir ist es passt für mich absolut nicht zu dem was das spiel am ende bietet also jetzt wirklich allein auf die cover grafik bezogen die sich ja dann auch irgendwie nicht so richtig klar auf diesen aufgaben plättchen vielleicht den kleinen aber sonst nicht im spiel wieder findet aber das finde ich bei jetzt solchen spielen aber grundsätzlich schwierig wenn ich mir jetzt also gerade bei den euro games ich gucke mir weiß ich nicht marco podo an oder ich gucke mir weiß ich nicht x beliebiges euro spiel an da ist auch nicht immer klar was das spiel eigentlich von mir will mit dem cover bärtiger mann auf dem cover ja ich kann es doch ganz schnell beschreiben also ich bin ja auch eher so der euro spieler und eigentlich sage ich ja auch immer thematische einbettung ist mir weniger wichtig aber bei diesem spiel stört es mich irgendwie vielleicht weil ich einfach ein gewisses bild von robin hood im kopf habe und einfach erwartet dass das spiel was seinen namen als titel trägt auch einfach anders funktionieren sollte ich vielleicht wenn das spiel einfach einen anderen titel hätte würde es vielleicht ganz anders wahrnehmen oder tack im rössl taumelt über den spielplan besoffen ja aber also ich kann ich kann ein problem nachvollziehen ich kann nur sagen zum glück habe ich es in diesem fall nicht aber wie gesagt das spiel ist also durchaus reizvoll nur passt eben in meinen augen grafik des spielmaterials nicht zum cover ich mache mal den elefanten im raum hier weil ja ich muss es erwähnen weil spiel begleitet uns ja auch schon öfter länger durch den podcast ich glaube was so in der spielerschaft als misslungen das cover der letzten weiß ich nicht zehn jahre vielleicht gilt woheit spielcover und spielgeschehen so weit auseinander sind wie nichts weiteres und ihr wisst schon über was ich rede wahrscheinlich es geht um ein großes dunkelgraues cover mit kämpfenden fantasy mit kämpfenden fantasy wesen die sich irgendwie die skelette werden von großen steinen steinen zerschmettert die von treuen geworfen werden und das spiel ist einfach nur zug um zug gekreuzt mit romi mit ein bisschen area control das noch mal in schön machen das wäre es doch ja das noch mal in schön machen ich rede über das spiel ethnos ich weiß nicht ob jemand von euch das noch auf der liste hat oder ob das gleich noch mal kommt keine ahnung aber leider nicht aber das wäre mir definitiv mir mir liegt halt so viel an dem stimmt wir haben uns gar nicht auf eine nulge einmal egal mir liegt halt so viel an dem spiel und ich habe es jetzt vor ein paar wochen erst wieder hautnah erlebt wir hatten was hatten wir gespielt wir hatten keilus gespielt oder keilu äh 1303 ich weiß nicht wie das auf französisch heißt könnt ihr euch ja selber googeln ähm aber gesagt auch komm wir waren irgendwie fünf leute und habe ich gesagt wir spielen noch mal jetzt irgendwie ethnos habe dieses spiel auf den tisch gelegt und ich hatte gleich drei leute gesagt habe nee darauf habe ich jetzt aber gar keine lust ich sage wir haben das noch gar nicht gespielt doch das haben wir schon mal mit dir gespielt ich sage nee das haben wir noch nicht gespielt habe ich dann auch in meiner in meiner spiele in meiner in meiner bei der tracking app nachgeguckt und nee du hast das mit mir noch nicht gespielt und dann haben wir das gespielt und dieses spiel ist ja so du hast halt du du hast während eines zuges zwei entscheidungen karte ziehen oder karten ausspielen und spielst du karte aus musst du alle karten aus also spielst du halt eine gruppe aus und alle anderen handkarten schmeißt du halt ab diese züge sind unglaublich schnell in diesem spiel da ist man muss nicht viel rumgrübeln und dann ist es halt so du hast jetzt nicht irgendwelche miniaturen wie vielleicht das cover jetzt irgendwie suggerieren würde dass du halt irgendwie das troll armee irgendwie oder skelette oder irgendwelche sondern du hast halt einfach irgendwelche scheiben die man toll übereinander stapeln kann die hat einfach nur so ein muster haben und dann was das oder das sind bunte scheiben die sind in hellgrün lila weiß blau glaube ich weiß ich jetzt nicht genau aber gibt nicht mal irgendwie braun oder grau aber wir sind uns doch einig die sind doch nur deswegen aus plastik drin damit der verlag der in erster linie mit plastik arbeitet das auch entsprechend begründen kann ja es ist halt command simon oder wie man auch immer aussprechen und man kämpft nicht mal in diesem spiel sondern du legst einfach eine scheibe neben die andere scheibe des anderen spielers und es geht halt einfach nur darum wer hat jetzt mehr scheiben du nimmst nicht mal scheiben vom anderen runter es ist halt ein friedliches das spiel in schön wäre echt noch mal ja tatsächlich mit dem designer wahrscheinlich einfach durchgegangen keine ahnung also es ist halt dieses cover sorgt halt so für eine ablehnung bei den bei den bei der spielerschaft ich habe gesagt ich ich mache das wie sagt man wenn man früher im sex shop bestellt hat irgendwie so beim telefon geliefert in einer neutralen verpackung ich habe so ein secret hitler hier das ist in so einer pappschachtel die man manchmal vom china händler auch so bekommt einfach so eine braune pappschachtel da packe ich das ethos rein und mal noch ein paar blümchen drauf und dann wird das spiel auch gespielt aber ich habe erlebt jedes mal ablehnung gegen dieses spiel und das geilste war nach dem spiel haben alle gesagt das bringst du nächstes mal noch mal mit der spielmann noch mal und es funktioniert zu fünft und zu sechst ohne pro also es ist das spielen schön ja das wäre noch mal was matthias du hast doch da connecten habe ich das weiß ich nicht du hast ja so ein verlag habe ich gehört ach so gut zu wissen ja wenn ihr irgendwo noch ethnos spielt ethnos noch mal großes große appell also lasst euch wirklich nicht von diesem cover abschrecken rené hattest du es gespielt ethnos ja wir haben das zusammen auf der messe gespielt und er sagt es schon das sieht aber gar nicht gut aus ich habe nicht gar nicht spielen haben wir ein zeit alter glaube ich gespielt oder so was ein zwei haben wir sogar und dann mussten wir abbrechen irgendwie glaube ich habe es nicht mit dem mit dem hendrik zusammen gespielt ja irgendwie sowas ja ich glaube sonja hat es auch gespielt matthias hat also ich weiß nicht ob dieses spiel überhaupt noch in print ist ob es das überhaupt noch gibt obwohl in der spielebook in götting lax rum habe ich gesehen kauft euch bitte ethnos ihr verpasst da was wenn da ich vom cover abschrecken lasst macht einfach die augen glaube tatsächlich es ist auf der abschlussliste vom verlag also wenn dann könnte sein dass vielleicht nächstes jahr das nicht mehr irgendwo zu kriegen ist ja und das ist echt schade weil weil ich glaube dem das spiel hätte größer werden können als es irgendwie ich sehe gerade ich sehe gerade noch ein spiel weiß ich auf meiner liste naja egal können wir gucken also ich bin da ganz bei arne also mich schreckt dieses cover auch total ab ich weiß nicht wie es kam wir haben es bei den bekannten gespielt ich glaube ich hatte vorher schon ich weiß nicht ob es jetzt direkt von arne war oder von irgendwer anders gehört das spiel ist ganz anders als das cover und nur deswegen habe ich ihm auch eine chance gegeben weil grundsätzlich ist das auch ein cover wo ich gar keine lust verspüren ja genau also da würde ich gar keine lust verspüren das zu spielen und es hat mir dann am ende aber doch richtig gut gefallen da verliert ein skelett gerade den unterarm auf dem cover ich habe es gerade aus der spieletasche aber um mal jetzt zu erwähnen dominion hat ein vergleichbar schlechtes cover zumindest in der originalversion wenn wir mal die schöne hans im glück version ausklammern und da denkst du ja auch so oh das ist irgend so ein fantasy strategie spiel irgendwas und am ende ist es einfach nur ein ich nehme karten und mische und nehme karten und mische und mich interessiert nicht was die anderen machen also das problem hatte schon dominion und warum das hat irgendwie aber was überwunden weil mir das auch einfällt warum 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 nimmst du mir meinen nächsten titel weg tschuldigung das dachte ich doch nicht dass wir das gleich nennen werden so dann mach mal rené dann mach mal dann bringen wir die reihenfolge wieder durcheinander dann mache ich direkt weil dominion steht bei mir auf der liste bei mir nicht aber ich für den gag also ja okay aber hauptsächlich aus dem grund wann sorgt dass cover für eine unerfüllte erwartung wenn man das spiel ja auch gar nicht kennt immer so ein blind kauf quasi auch macht ich gucke mir das cover an und denke auch dass die hans im glück cover version die ich damals gesehen hatte dachte ich auch irgendwie das ist irgendwie ein mittelalterliches aufbauspiel da steht ja auch erschaffe deine eigene welt oder was steht drauf und das dann auch von von den karten her sah es aus könnte man da irgendwas machen was aufbauen ich kannte halt die ich habe blind gekauft und ja dann erwartet ein ein ziehe karten spiele karten und ziehe karten es ist aber wenigstens bunt bei ethno ja alles gut und grauen und grau und beige und wir haben es verstanden das wort bunt würde ich da gern noch mal ein bisschen so in anführungszeichen setzen es hat auf jeden fall mehr wie drei farben ja es hat mehr als drei farben aber wenn du jetzt erwartest dass es ein thema hat und du wunderst dich warum du zwei aktionen und eine karte ziehen darfst wenn du in die stadt reitest what warum warum kriege ich denn dafür für die stadt zwei aktionen und nach eine karte ziehen das hat halt thematisch null bewandtnis ist vollkommen egal das ist kein schlechtes spiel aber die erwartungshaltung die ich damals bei dominion hatte war halt eine komplett andere ich dachte ein fantasy oder mittelalter spiel mit mit aufbau oder sonstigem aber das hatte ich nicht erwartet jetzt ist aber meine frage wie würdest du denn das cover gestalten wollen das hätten wir vielleicht mal als frage immer machen soll aber wie würdest du denn das verändern wollen weiß ich jetzt nicht das ist nicht deine aufgabe dafür bin ich auch kein grafiker gesagt es war halt es war ein blindkauf ich habe mich auch vorher null informiert darüber ich habe die die schachtel gesehen und die karten seit die karten auf der rückseite und dachte ob es sieht so ein bisschen in anführungszeichen wie magic aus also kartenspielen und was aufbauen vielleicht so aber welches mal wusste ich war es denn bei dir das hans im glück cover also das deutsche 2009 das normal das was wir kennen das das was wir kennen genau das was du mit der original was du mit der inträge zusammenschieben kannst genau und ja es war halt einfach nur man kannte man wusste ja auch gar nicht was jetzt ein deck bilder oder deck bauspiel werden soll was das ist das war ja gar nicht klar an der stelle und ja es hat halt einfach nur mich total überrascht was es tatsächlich ist und nicht das was ich erwartet habe von der cover grafik her und ich weiß nicht wie das noch so gegangen ist aber ich kann mir vorstellen dass einigen leuten gegangen ist vor allem wie gesagt weil man den den mechanismus ja noch gar nicht kannte bis dato so ich fand das jetzt so gefühlt nicht als ich habe es wahrscheinlich einfach so hingenommen wie es halt war aber wusstest du denn vorher was es ist es war spätes jahres deswegen habe ich es gekauft ja dann war es ja auch egal was auf dem cover ist richtig genau ja aber ich habe bei mir ist es ähnlich ich war ja auch viel später dran und das kam zu hause einfach und hier aktuelles spiel des jahres so spielen wir jetzt mal deswegen hatte ich da auch überhaupt gar keine erwartung auch nicht vom cover her es ist halt so ein generisches ich bin auf deiner seite renne so ein generisches generisches mittelalter cover irgendwie wahrscheinlich gibt es da irgendwie ein logomaker im internet oder sowas ja aber das wäre bei mir zum beispiel auch was sonja eben meinte mit da oben steht oben steht uwe rosenberg drauf da kann eine atombombe explodieren ich erwarte jetzt nicht dass es ein explorationsspiel oder atombomben bauspiel ist also es ist so und damals war es halt tatsächlich was es war ein blindkauf und dadurch hat mich das halt überrascht das war meine erfahrung zu dominien so dann darf ich jetzt also ja gut ich habe jetzt ein schönes spiel von 2014 ich rede jetzt mal ein bisschen drumherum vielleicht erratet ihr das dann auch es hat sich dadurch ausgezeichnet es hat sich getraut die schachtel in den laden zu stellen ohne dass der titel des spiels vorne drauf steht ich weiß es stand auch nicht der verlag oder der autor oder irgendetwas anderes ist du hast einfach nur ein gesicht fängt mit a an ja dann weiß ich und egal und es konnte sogar sein dass der nächste käufer ein anderes gesicht gesehen hat weil es fünf verschiedene cover gab die rede ist von bis vom bombix verlag 2014 und diese das gesamte marketing drumherum und diese cover das war so ein bohr geil hier wird eine welt geschaffen und du hast unterwasserwesen und da muss richtig was rein dritten am liebsten würde ich alle schachteln haben wollen und dann hast du es gespielt hast festgestellt ja ich sammle ein paar perlen und tausche die ein das war's also da war da war da war da war keine welt die sich mir aufgetan hat da war das war so ein das hätte auch ein standard fantasy thema ein trading in the mediterranean sein können es hat für mich keinen unterschied gemacht du sammelst die perlen die über den tisch rollen ein hast du vergessen zu sagen ja richtig sie rollen über den tisch ja ich wollte jetzt nicht mit solchen kleinigkeiten kommen weil das war an der stelle nicht das entscheidende gab es nicht noch eine erweiterung wo irgendwie mehr gesichter noch drauf sind es gab eine erweiterung aber nicht mehr auf deutsch ach so aber das ist doch so so ein grafiker wahrscheinlich amok gelaufen ist und einfach gedacht hat auch das muss jetzt raus dieses ganze ganze grafik muss jetzt raus und explodier ich also an dieser stelle würde ich eher sagen wollen da hat er gesagt oder verlag will gleich fünf cover grafiken da kann ich ja das fünffache an geld verdienen ist auch gut dass wir noch gar keinen grafiker genannt haben heute doch ich hatte vorhin den eckhard freitag bei seltega gesagt in diesem fall ist es jetzt xavier collett und auch der rené hat den larry elmo vorhin an genannt ich habe waren gut auch genannt ach verdammt ja hier john ho war das nicht auch dieser herr der wenn ihr die show notes guckt dort sind alle spiele mit illustrator noch vor dem autor genannt und mit link direkt zu board game geek da könnt ihr euch das noch mal angucken und bei dominion habe ich auch beide cover artists also sowohl den vom original cover als auch den vom deutschen cover genannt ja ja der hat herr der ringe illustriert mit herr der ringe kenne ich vor allem die hildenbrand brüder sind aber auch schon länger ja genau das ist das bis wer hat es von euch gespielt ich nicht das cover machte mich nicht an ich mich obwohl es von bruno katalla ist steht es immer noch auf meiner möchte ich gerne mal spielen liste ich dachte bruno katalla ist jetzt habe ich so das gefühl auf einem absteigenden ast so in der spiele spielerschaft kann das sein oder so ja er hat ein sehr gemischtes programm dass man mittlerweile eher abstand nimmt von ihm naja man ist vorsichtig da kann immer mal was was gutes dabei sein aber es ist auch so ein bisschen ja durchschnittlicher kram dabei gut ja dann würde ich aber sagen sonja oder ja ich habe noch ein spiel auf der liste wo es mir auch wieder darum geht dass das cover von der grafik her nicht nicht zu den grafiken im spiel passt zumindest bei der deutschen oder bei den meisten versionen die davon erschienen sind ich rede von die schlösser des könig ludwig da habe ich ein schönes cover da ist ein schloss glaube ich an neuschwanstein schloss neuschwanstein angelehnt ich sehe eine schöne gebirgslandschaft im bindengrund wald alles sehr verspielt sehr pompös und dann mache ich es auf und hol die plättchen raus dann habe ich da so merkwürdig geformte plättchen die doch eher funktional sind es gibt verschiedene farbige das lasse ich nicht gelten die sind auch nicht funktional sie sind nicht angenehm quadrat sondern sie haben die skurrilsten beschissensten formen ich dachte darum geht es ja gut ich meine ich meine jetzt funktional von 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 den hervorstechenden grafischen elementen dass man eben weiß was um was für eine art raum handelt es sich das hat durch die farbgestaltung auch stark hervorgehoben ist aber ich finde die plättchen nicht hübsch sie haben zwar einige details die auch tatsächlich ganz nett sind auch so ein paar easter eggs kann man da finden aber ich finde es optisch vom spielmaterial auch wenn man das spielt wie dem sagt durch diese komisch geformten plättchen entstehen auch immer ganz merkwürdige konstrukte die nicht sehr ästhetisch aussehen ja aber warum ich jetzt explizit gesagt habe die deutsch oder die meisten version es gibt eine polnische version die zwar mit gleich geformten plättchen arbeitet wo aber die grafiken einfach schöner und stilvoller sind und die ich optisch sehr viel ansprechender finde da gehe ich doch gleich mal auf bgg und suche nach der polnischen version und ich finde sie nicht das sieht ein bisschen anders aus ja finde ich schöner als die plättchen in meiner version auf jeden fall du könntest die ja austauschen es ist ja die du bei 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 zwischen zwei schlössern also dem castle of mad king ludwig gekreuzt mit between two cities ja da hast du ja viel platz für die illustrationen und wenig platz für das was das plättchen macht weil und das ist ja da viel schwieriger zu lesen und das fand ich ehrlich gesagt anstrengender als das bei dem spiel das stimmt ja aber auch hier habe ich halt wieder diesen cut zwischen cover und spielmaterial dieses cover das sieht so richtig schön verspielt romantisch aus und plättchen wirken auf mich anders aber auch hier ist es wieder in meinen augen sehr gutes spiel ich spiele sehr gerne auch mit den plättchen wie sie in meinem spiel drin sind aber schön anzusehen finde ich das was da entsteht in der regel nicht das finde ich anders also ich finde es sieht nachher cool aus wir können mal kurz per handzeichen bestimmen dass rené keine ahnung hatte ich sehe wir sind uns alle einig nur weil du das spiel nicht magst weil es sich in den wahnsinn treibt es ist es ist mein ocd wird wahnsinnig das ist alles ich möchte nicht das spiel schlecht machen nur mein ocd sagt nö also die original illustratoren sind keith kurtis und olen tim und anieszka da brovizka hat die russische version illustriert du meinst die polnische die polnische tschuldigung genau gut arne dann darfst du ja ich habe ich habe das auch gerade rausgeholt aus meinem spieleschrank ein spiel was vom cover her beim kika laufen könnte vor dem sandmännchen es gibt niedliche wesen jan und henry das würfelspiel bitte es gibt es gibt niedliche katzen es gibt ein paar mäuse wie heißt denn diese serie mit diesen zeichendreck figuren die sich dann immer abgeschlachtet haben ne 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 hieß irgendwas mit friends happy friends nein also es geht halt darum die tiere tiere in verschiedenen stämmen leben im wald und versuchen hat so ein fröhliches miteinander das suggeriert das cover okay der eine hat ein schwert in der hand und der andere pfeil und bogen das übersieht man aber leicht aber das spiel strotzt vor einer ganz wunderbaren comic grafik die wunderschön gezeichnet ist also halt auch ein bisschen einzigartig okay das nutze ich gerade so ein bisschen ab weil es jetzt mehr spiele gibt wahrscheinlich vom gleichen vom gleichen illustrator ich rede von root ein spiel was unglaublich niedlich aussieht vom cover aber das spiel ist ein richtiges also in dem spiel tut man richtige arschloch sachen mit seinen mitspielern und man könnte halt auch mit panzern durch in weit fahren es wäre das gleiche also da ist so da ist halt wieder diese schere das ist jetzt so der gegensatz zu dem zu dem ethnos was halt wirklich martialisch aussieht und hier ist es halt das gegenteil aber eigentlich und und bei ethnos spielt man halt friedlich nebeneinander her und bei root sieht es niedlich aus aber man macht gemeine sachen man fällt dem anderen den rücken man geht auch vollkommen volle konfrontationen man versucht die anderen miteinander auszuspielen und tauscht doch irgendwie die anderen cover und dann wäre doch irgendwie alles besser ethnos mit root tauschen das ich habe die lösung gefunden also es mag jetzt ganz gemein klingen aber der erfolg von root ist tatsächlich dass du ein knallhartes brutales wargame hast das nicht danach ausschaut und dadurch den leuten tatsächlich suggeriert leute es kann sehr gut sein dass ihr wargames mögt ihr habt das bloß noch nie gewusst ja aber mutti mutti geht jetzt in spiele laden und sieht da root steht root steht neben ethnos im schrank nach welchem spiel würde sie wohl greifen und welches spiel würde ihr eher entgegen kommen aber da ist ein roter vogel mit dem bogen in der hand eine katze mit einer helle bade und ein waschbär mit einem dold und einem stock ja aber das siehst du jetzt ja auf den ersten blick aber auch gar nicht also rené deine begründung war ungefähr so wie die von man in black wo er sagte so er hat auf das kleine mädchen geschossen weil es ein physikbuch in der hand hatte leider sie auf den ersten blick siehst du das ja gar nicht ich habe root gespielt mit mit drei anderen redakteuren am tisch davon waren zwei aus kinder redaktion und die waren total begeistert und haben das spiel gemocht sie hält wenn ich das mit einer ethnos grafik vorgesetzt hätten gesagt so ne bleibt damit fern ja nicht mein ding aber aber es geht ja um erwartungen hier und ich finde die erwartungen bei root werden nicht enttäuscht sondern du merkst ja es sind friedliche tiere die sich auf tierischerweise bekämpfen okay ich habe noch ein anderes spiel streicht rot ich nehme das andere was ich jetzt nach hinten rausfallen lassen nein nein ist schon völlig in ordnung das ist ja darf bei dir ja andere erwartungen wecken ja also hier auch wenn man das spielmaterial auspackt da geht es ja dann auch genauso wie bei ethnos weiter also du hast ja diese diese figuren die so tollen holzfiguren es sind nicht einfach irgendwelche einfachen irgendwie standard mieter sondern so kleine holzfiguren und jeder macht immer ein foto von den figuren wie sie denn so lustig im wald stehen und eigentlich bekriegen sie sich gerade und und bis ins messer ja kyle farren ein sehr sehr schöner künstler genau der hat ja der ist ja wahrscheinlich der haus und hof autor für den verlag habe ich das gefühl haus und hof artist ja meinte ich ja tschuldigung ich oder du dann mache ich mal weiter und bleiben bei der alten regelung ich habe jetzt noch ein spiel rausgepickt wo ich auch grundsätzlich vom spiel nicht so überzeugt war was mich aber vom cover her unglaublich angemacht hat und auch von dem material was dabei war was man so jetzt sehen konnte ohne dass man das spiel mal überhaupt gespielt hatte und zwar sub terror das ist ein ja explorationsspiel also man ist in einer höhle eingesperrt das wasser steigt man muss den ausgang finden es gibt eine böse kreatur die einen da verfolgt also so ein bisschen wie so so diese klassischen teeny horror movies so auch vom vom style her so eine schrift dieses dieses dieser titel ist wie so eine kreide schrift an so einer wand so oh ich sterbe hier und schreibt noch den letzten titel drauf auch dann hat man halt verschiedene plättchen legt dann diesen kompletten diese komplette höhle aus aber es überhaupt kein kein explorationsfeeling da du rennst nur rum du musst diesen plättchen stapel abarbeiten du mir ist es wieder ein horror feeling dass dieser auf einmal kommt so eine kreatur um die eck und du musst davor weglaufen wenn du es nicht schaffst dann dann frisst du dich es ist diese 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 höhle ist total beliebig weil sie halt nur aus diesen plättchen ist und du weißt im weiß ich nicht in den untersten 20 ist jetzt das ausgangsplättchen drin also musst du diesen riesigen stapel von plättchen durch arbeiten dich um dann den ausgang zu finden und es ist egal ob du nach links oder nach rechts läufst beziehungsweise ist total irrsinnig wenn einer aus dem team nach links und der anderen nach rechts läuft weil nun bei einem wird der ausgang erscheinen der andere muss auf jeden fall die strecke zurücklaufen also läuft man eh immer nur zusammen in eine richtung und deckt ein plättchen nach dem anderen auf und hofft dass es keine sackgasse ist dass man da weiterkommt ansonsten muss man wieder umkehren und dieses exploration da ist eine höhle da ist es dunkel drin und da steigt das wasser dieser eindruck entsteht überhaupt nicht dabei und ja matthias hat das spiel the cave jetzt muss noch schlimmer sein 2012 ne für mich war das gefühlt dasselbe spielen dieses und das ist ein moment den du gesagt hast ist egal in welche richtung ich gehe es kommt eh was zufälliges von oben und du musst durch den stapel durch genau das ist das was mich daran erinnert hat und das finde ich halt halt so schade weil es ist deine entscheidungen werden dadurch so unwichtig es geht nur darum kann ich das nächste plättchen aufdecken und es hat halt keinen effekt und wo ich hinlege ist auch quasi egal also und bei so einem cover wo ich so eine so eine dunkle unterwasserhöhle sehe und und dann das wasser soll steigen und ich muss rauskommen es ist alles dunkel nee es gibt es gibt es gibt es gibt bilder hier bei board game league da scheint das spiel mit unter schwarz licht zu leuchten dass das mal ausprobiert nein habe ich nicht aus scheint zu leuchten unter schwarz licht hilft mir nicht wenn ich dann den rest des spiels nicht mehr sehe oder mein tisch licht ist sorgt für mehr atmosphäre wenn du mit an am tisch siehst musst du auch nicht mehr sehen moha meinst du das hebt die grafik naja aber es ist halt ja es ist nicht das was ich erhofft habe wenn man wenn ich mir das cover angesehen habe aber wie auch bei dominion damals war es halt ein blind kauf der leider in die hose gegangen ist bei dominion zum glück nicht damals ja das war subterra und dann darf jetzt noch der matthias sein letztes spiel vorstellen also ich bin ja begeistert dass wir es geschafft haben tatsächlich zwölf verschiedene spiele zu nennen ja ich bin auch überrascht nachdem ich da vor der sendung dachte so kann ich überhaupt mehr als eins nennen und froh war ein paar gefunden zu haben das spiel das ich jetzt noch als letztes erwähne ist aus dem jahre 2020 oh genau es geht darum also wir haben eine wunderbare grafik von kwan chai moria ich hoffe ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen und du hast das gefühl so das ist jetzt irgendetwas so 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 vielleicht hat das was mit mit agenten zu tun vielleicht hat das irgendwas mit geheime gesellschaften zu tun und unterm strich hat das was mit irgendwelchen runden und geraden plastik teilen zu tun die rede ist von decipher von heidelberg games wo das cover mir wirklich gesagt hatte so das klingt spannend ich muss vielleicht irgendwelche fälle lösen was auch gerade so im blick auf das was jetzt so aktuell so an interessanten sachen gemacht wird aber in diesem fall geht es einfach nur darum ja wir haben halt striche und kurven die legen wir aus und dann musst du gucken dass du aus den buchstaben dann das wort erkennst und mehr ist es nicht also das ist jetzt deswegen kein schlechtes spiel aber es ist halt nicht das was ich dann erwartet habe bei dem cover und das cover ist wirklich schön ja stimmt ja aber bei dem cover denke ich aber nicht an agenten da denke ich eher hallo ich bin ein dixit klon oder irgendwie sowas warum ist ein fuchs drauf und spatzen aber aber ich finde der name der ja auch teil dieses covers ist ich meine gut der deutet es natürlich schon an dadurch dass er so gestaltet ist wenn man es weiß aber ansonsten denkst du dir so also ich habe genug spiele gehabt und gesehen wo tatsächlich so eine so eine so eine so eine agenten fantasy zukunft science fiction was auch immer welt dargestellt wurde in dem genau so personen gezeigt wurden und dann so du siehst ja so ein zahnrad und ähnliche sachen also zumindest meine erwartung war eine andere vor wenn du die schachtel öffnest und dann hast du da so ein sag jetzt mal so weißes feld so mit ein paar segmenten wo du dann diese plastik stinger rein legt die nächste die nächste top die 350 machen war denn enttäuschte spielmaterialien oder irgendwie sowas vom material her ist das schon alles passend gut arne dann darfst du aber deinen oder wer wer noch welche welche spieler hat kann sie noch mal nennen ja honorable mentions arne ja das wäre jetzt auch so in die richtung von ethnos gegangen irgendwie so die arena von taschkala weiß nicht ob ihr das kennt ja verstehe ich sehr gut sieht halt auch geht halt so gleich in die gleiche richtung monster kämpfen irgendwie in einer arena und irgendwie großes monster haut gegen kleines monster und irgendwie irgendwie haut gegen was anderes und am ende ist es irgendwie nur plättchen in irgendwelchen komischen mustern irgendwie auf dem plan legen und dann ist nach der ersten runde bei mir auch direkt wieder gegangen es ging gar nicht erst nachdem ich dann es mir erklärt haben lasse habe ich das bin ich habe ich das nicht mehr gespielt sondern bin nach der erklärung aufgestanden weil es tatsächlich nicht das war was ich vermutet habe ja genau das wäre mein viertes jetzt noch gewesen sonja hast du noch einen honorable mention ne ich hätte ja fotosynthese noch knapp drauf gehabt und ich hatte kurz überlegt aber dann war ich mir sicher ob es nicht die spiele also die inseln im nebel das hat so ein cover mit so einer ganz vernebelten insel und es steht glaube ich auch auf der schachtel drauf dass man die insel entdeckt und das entdeckt was unter dem nebel ist und da hätte ich eher was erwartet wo ich wirklich nebel entferne und wirklich etwas entdecke was ich aber eigentlich mache ist ich lege plättchen auf den nebel drauf und die ordentlich so an wie ich sie gerne haben möchte gut das ist das klingt jetzt eher nach nach beschreibung spiel schere und genau deswegen war ich ja aber auch das cover wenn man sich nicht wirklich dann beschäftigt was das spiel dahinter kann zusammen mit der beschreibung aber deswegen habe ich dann auch letztendlich nicht meine top 3 genommen also ich habe glaube ich etwas vergleichbares weil bei mir ist der honorable mention helvetica du siehst halt effektiv so eine art matterhorn mit einem schweizer lobe und denkst dir so wahrscheinlich irgendwie eins von diesen vielen quiz spielen zum thema geografie was wahrscheinlich der arne immer gewinnen wird aber was du dahinter hast ist eigentlich ein relativ gutes spiel was überhaupt nichts gefühlt damit zu tun hat weil es auch tatsächlich nur um irgendein generisches dorf und sein nachbardorf geht und nicht um die schweiz an sich niemand spielt mit mir solche spiele was helvetica oder helvetia heißt es übrigens nein so geografie spiele spielt ja keiner mit mir natürlich nicht doch außer jürgen der jürgen habe ich mit dem habe ich noch jürgen wir haben noch was offen genau so rené hast du noch ein ja den habe ich raus genau aus der liste weil ich nicht nur fantasy spiele sage die legenden von andor die legenden von andor hat für mich wieder dieses hier rollenspiel in der box ich erlebt eine spannende geschichte die spannende geschichte mag zwar da sein aber es ist kein fantasy spiel im klassischen sinn also schichtsputzen ja genau es ist ein ein ziemlich hartes puzzle wo ich genau aufpassen muss was mache ich und bei einem fantasy spiel ist meine erwartungshaltung grundsätzlich immer ich schnetzel alle monster und das ist ja genau das was du bei bei andor halt nicht machen darfst und deswegen trifft es meine erwartung halt hat meine erwartung im ersten augenblick nicht getroffen und deswegen habe ich die ersten runden verloren also diese das kann ich verstehen also aber da hatte ich weniger probleme mit dem cover als mehr mit den regeln weil tatsächlich dieses gefühl so das spiel will dass ich etwas verteidige wenn ich verteidige indem ich den den angreifer weg mache verliere ich das spiel ich muss das halt anders machen das da hatte ich so meine probleme aber ja ich verstehe es ja aber wir cover und auch spiele grafiken die karte und alles du hast ja dieses bombastliche reich was davor sich die aufbaut ja und dann musst du doch mehr nachdenken als ich das dann erhofft hatte als ich das kann als ich das kann manchmal auch ja gut dann sind wir ja soweit durch vielen dank rené der hat während der sendung schon mal das cover für diese folge ja vor allem ich mache es einfach so wie du es da hin ich mache mal ein screenshot von dem slack gerade weil matthias auch cover gerade sehr kreativ geschrieben hat das kann ich das kann ich nicht korrigieren das cave auf jeden screenshot habe ich schon gemacht ja war mal wieder eine spannende liste wieder was anderes für matthias mal schön er musste mal nachdenken das habe ich das habe ich sehr sehr genossen also dass ich selber überlegen musste was pack ich rein und tatsächlich auch ein paar minuten also eher ein paar stunden auch investiert habe so was gab es denn alles was mich dann so enttäuscht hat ja wenn jetzt unsere zuhörer noch spiele haben oder cover haben die sie enttäuscht haben von dem was dann in der packung drin war gerne in die kommentare oder auf facebook oder auf twitter oder auf instagram oder per e mail an internet bretterwisser.de ja wenn wir darüber diskutieren sollen dann am besten in unseren biebel slack oder biebel chat reinkommen wer da nicht weiß was das ist wo er da hin soll der kann auch eine e mail an oh gott mitmachen bretterwisser.de oder info oder ihr könnt doch einfach euren kopf über die tastatur rollen und den macht ihr bretterwisser.de wird schon irgendwie an und wenn ihr mal lust habt uns die frage der woche zu schicken einfach eine sprachnachricht an 0 1 7 0 5 4 4 4 8 4 3 0 1 7 0 5 4 4 4 8 4 3 sehr schön ist auch erstmal wieder verlängert kongsta hat uns nicht abgedreht ich muss Geld aufladen gut damit sollten alle fragen geklärt sein und dann hören wir uns nächste woche wieder Matthias macht was hat er gesagt sozialen druck aufbauen diese woche bist du drum rum gekommen ja dann werde ich mal gucken dass ich das für nächste woche was liefere bitte bitte gut also nächste woche keine live sendung richtig genau du kannst natürlich auch live machen tatsächlich könnte ich das mal machen das ist eigentlich gar keine so dumme idee vielleicht mache ich das nächste woche mal live alleine so da muss mir da Arne wahrscheinlich bei helfen aber das überlegen bei studio link ist das auch nur ein button noch oder ja aber er braucht ja die id damit er auf den kanal läuft naja ich mache mir mal direkt wie ich das denn kriege bis nächste woche dann tschüss 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 bye bye tschüss 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 Lass mal wieder aufhecken. Hast du das Gefühl, ich bin eingeschlafen? Dafür müsste es aber lauter sein. Ich habe das schon leiser gemacht. Geht alles. Herrlich. Ja, war sehr lustig.